Ich voll gemeckert hat, wie doof ich bin, weil ich mit dem Motor oben draufgepasst hab. Der sah ja auch scheiße aus da drauf. Der sah ja auch scheiße aus. Und er hat damit nichts Wasser reingepumpt, das Arschloch. Heee, du hast den Motor aber unten hingebaut. Ja, unten, weil ich oben Motor dranmach, es kommt... ...pumpter Wasser, oh no. Da hast du voll mit Absicht gemacht. Ich hab nie gesagt, du um das oben drauf. Ich hab's extra gefragt, kann ich oben dranmach und du jaaaa. Ich dachte an der rechten Seite hier. Nein, ich hab oben gesagt. Ich höre den Seite, mein Kerl. Weil? Ich plant jetzt keine Bäume mehr, das ist viel zu viel. Das ist viel zu wenig, was wir haben. An Holz. Ich will ja jetzt, weil ich erstmal Holzfarm als Hintpflanzen sind muss. Mach doch, das wirst du Sven. Ich brauche noch ein paar... ...Retschlohn-Verstärker. Ich muss unten die ganze Schädung jetzt vielleicht noch hinkriegen. Ohhhh. Ich kann mir auch nicht erklären, wie das Wasser dort rein lief. Aber das war der Grund, wieso es geknallt hatte. Kann ich mir gut vorstellen. Aber hier ist doch kein Wasser auf der Seite, oder? Ich weiß nicht, ich hab da außen nie geguckt. Oder unterodisch. Vielleicht ist das unten wieder so'n kleiner Fluss. Oder es hat voraus schon mal mit so'ner Riesenmaschine hier rumgegraben. So wie auf den anderen vier Löcher, die wir hier schon haben. Nee, nee, nee. Wurst hat alles gekramt. Ich hab da nicht gekramt. Und wenn so wär ich wies, hätt ich dort labern gemacht. So... Das... Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum. Ähm... Halt? Ja, was ist das halt? Es wird dunkel. Und das sagt uns was? Komm halt, die Klappe ist. Wer? Du wirst bestimmt bloß was wieder kaputt machen. Geht ins Bett. Wer? Ich muss wieder Wasser immer unten reinschütten. Also doch. Ich wüsste es. Warum sabotierst du uns? Warum? Was haben wir dir getan? Geht jetzt ins Bett, ich muss echt Wasser immer unten rein. Aus Dunkeln. Was haben wir dir getan, Dirk? Ach nee, ne andere Niederpflanzen, Bäume, ich hab geen Bock Bäume zu pflanzen. Du hast abgeholzt, du machst neue. Ne, das geht nicht so. Wann kommt denn endlich mal ein Tornado? Kannste knicken. Ich weiß nicht, vielleicht muss auch bei der Option was dann eingestellt werden, dass er da kommt. Oh, ist das bescheuert. Oh, ist das beklatscht. Was denn? Scheiß'n Dreck. Das ist ja scheiße, ich schätze. Das ist doof. Das war null Punkte. Ja, Dirk, null Punkte. Das war null Punkte. Das verrate ich nie. Ich mach mich nie zum Apple. Mach dich zum Apple, komm. Nein, jetzt nicht mehr. So, Werkzeuge, Werkzeuge. Dirk? Ja? Soll ich dir noch ein paar Äxte geben? Nö, die sind Monogons. Ich hab's anders gemeint. Ich muss erstmal die Bäume wieder pflanzen hier. Dirk, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Was denn? Was bringt mir, wenn ich jetzt eine scheiß Saphir-Achse gemacht hätte und das wäre nach fünf Schlägen kaputt gewesen, die Axt? Melone, Melone, Melone. Das kommt rüber. Mal sortieren hier alles. Melonen gehen rüber. Sag mal, wollt ihr jetzt noch denn die mal pennen oder nicht? Ja oder nein? Nein oder ja? Nein, ich muss pflanzen. Achso, das war die falsche. Da war die Empfängerkiste. Nee, ich will doch keine Bäume mehr pflanzen. Komm, lass uns ins Bett gehen. Ja, das hat sie jetzt pervers angehört. Nicht mit euch, sondern ich muss echt die Spit-Pick-Pick. Die Monster. Kann ich die Rest in Bäume hier reinflacken? Nein. Der denkt wohl, das ist alles nur so ein Spiel, wo man das Zeug reinflacken kann. Haha, ihr habt gesagt, ihr könnt alles dort rein. Geh weg. Nein. Das sind Monster, ne? Nee, ich kann mich nicht hinlegen. Mein Problem? Warum machst du sowas? Was denn? Hab nicht gemacht. Warum machst du das? Warte nochmal, wo ist mein Wasser immer? Warum machst du das, Dirk? Ich muss ja weg. Warum machst du das, Dirk? Ach so, haben wir da genug Eisen für die Schienen? Ich weiß es nicht. Was? Da musst du gucken. Da musst du gucken. Gucken mit die Augen gehen. Naja, die Edel ist ja nun die fertig. Das geht rüber. Das geht rüber, das muss ich jetzt noch schnell reinlernen. Was ist das denn? Äh, Dirk? Dirk? Ja? Ja. Wo hast du die Schienen gemacht? Die Walz, die sind noch nicht fertig, weil die Walzmaschine muss erst aufhören. Wo du die gemacht hast, weil ich Öl habe. Wo soll ich das Öl hin tun? Und mache ich in den Änderrucksack, alles klar. Ja, gib mal mir bitte mal das Öl. Ich tue diese Schwellenherstellung. Deswegen, ja. Habs rausgeholt. Ich brauche nämlich einen Palanz. Wo ist denn hier ein Monster in der Nähe? Habe ich einen Hut bei mir? Was hast du gesagt, Dirk? Habe ich einen Hut bei mir hier drin? Äh, mein neues Haustier. Ich weiß es nicht, Dirk. Du darfst es mich nicht fragen, cool. Ach, lieber Herrgott, wie hätte ich das gemacht hier? Ich weiß es nicht. Ich überlegte es gerade. Da musst du, da musst du... Ich bin um die Kaufe rum. Ich bin hier rein. Senden. Was? Das gleiche understand.... ... ... ... ... ... Ich kann immer noch nie pennen. Warum bist du nicht müde? An Werwolf draußen. Sollen wir dir an Lieb singen? Ja. Kannst du vergessen, du hast ja Wasser reingekippt. Ich hab da kein Wasser reingekippt. Wo hast du das Loch dort gegraben? Jetzt hört auf rumzuheulen, Jungs. Bring dich Jungs. Wir sind hier anständig. Komm noch rüber, schaffst du eh nicht. Ich hab einen Huhn hier. Kann ich noch mal den Werwolf umbringen hier unten? Ich kann echt nie ins Bett hier. Warum bringst du den Werwolf hier oben? Was hältst du davon? Ich bin ja nie in der Nähe vom Werwolf. Ich geh erstmal kacken. Mach das. Das Huhn guckt mir zu. Dir würd ich auch zu gucken. Komisch und spül dich, wenn ich mich hinsetze schon. Weil du das kannst? Ich komm nochmal vom Klo runter. Ja, und? Hände waschen. Was ist das denn? Was ist das denn? Geht nun. Geht's mal. Stornwafer. Und da Redstone hast du gesagt, oder? Also müssen wir das noch einspeisen. Das tut mir die. Waschen wir hier. Ist das schon eingespeist? Ist doch gar nicht eingespeist. Ihr seid. Ihr seid. Was ist denn hier eingespeist? Ihr seid Helden. Das Redstone-Gelumpe ist. Ist doch gar nicht eingespeist. Das weiß ich nicht. Sollte aber eigentlich. Ihr seid Helden der Materie. Mati, stell dich mal raus bitte. Und dann? Einfach nur so. Dann wegrennen wir kurz mal. Muss doch nicht rennen. Kannst du stehen bleiben? Doch, das ist ja hier oben. Aber ist egal. Ist egal. Es ist doppelt. Doppeltetmesser. So. Hatte ich hier noch? Scheiße. Ach, das ist hier drüben. Der ist am Dach. Der Werwolf. Ja und weiter? Ja und weiter? Ich saß denn den getroffen. Warum hast du den da drauf getan? Weil er drauf wollte. Aber er hat gesagt, dass das Dach was sein muss. Ach Dörky. Ich kann immer noch nirgends hin. Weil sie Monster ist. Passiert. Vielleicht kann ein blöden Housecarry überall rumriechen. So. Unten die Werkstatt ist jetzt wieder alles eingeschichtet. Juhu. Bitte kein Wasser mehr hier reinkippen. Dirk. Hast du? Ich möchte dich gleich einschalten. Okay, nächstes Mal mach ich. Nächstes Mal tue ich Lava. Ist ja was anderes. Du lernst langsam, oder? Ja. Aber wir müssten da mal P... 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 Machen. Wegen der Raffinerie mal gucken. Oh das ist ne Jute Idee Kleiner. Das ist ne Jute Idee. Also. Ich bin doch n Haus hier beim Pumpku. Jetzt drücken oder was? Sag Bescheid, sag Bescheid. Zwei brauchen wir. Also ich hab einen, ich hab einen, Redstone Motor, jetzt brauchen wir bloß noch einen zweiten. Ich hab zwei, aber... Ich hab da den, aber ist ja egal. Ist egal, ist egal. Ja, ich hab ja hergestellt, wo das... Nein, ist egal, ist doch egal. Ja, ich werfe das raus. Ich will bloß das Rezept, das wieder herstellen. Ich dachte, du hast es weh gemacht, Gibt's mir bloß... Ja, frag mal, der Ed ist wieder... Ist egal, lass den drin, ich hab's mehr. Na, wollen wir mal gucken. Solar-Penal... Kabel... Solar-Kabel, der Blue-Lead-Motor ist da drüben. Wollen wir's hoffen. Du hässlige Schlange guckt mich nie so blöde an. Äh... Die Schlange wird sich auch denken, wieso bin ich hässlich, du Hässler? Matti, wo wurde denn das Glas eingelagert? Im Glas... Im Glas-Dinge? Ach dort, ja... Hä, wieso geht das nicht? Geht das hier? Wieso gehen die Redstone-Motoren, die mit Redstone-Fackeln? Doch, seitlich. Ich hab's dir dahinter gestellt. Ne, warte, ich komm klar mit runter, ich wollt bloß das... Seitlich geht's auch nie. Hä? Hä? Was ist denn blöd? Bin ich blöd? Ich hab's... Ist doch... Ist doch ein Pfackel, oder? Ist doch ein Pfackel, oder? Ist doch ein Pfackel, ne? So geht das nicht. Hä? Bin ich doof? Haben wir noch anderes? Haben wir noch Hebel drinne? Hebel. Geht ohne! Aufhören, aber ich komm gleich. Also muss ich doch die guten Motoren nehmen. Wir können auch die Blue-Electric-Motoren nehmen. Wir haben hier drinne... Ich kann mal gucken, aber wenn's echt geht, da brauchen wir doch die Sterling, da baue ich... Brauchen wir die Sterling bloß nicht. Ne, wenn ihr wollt, ich baue die Blue-Electric-Motoren gleich mit. Ähm... Müssten wir noch Ender 2 haben. Wir haben mehr als genug da, also wir können... Brauchen wir die hier hin? Mach, ich warte ab. Nicolit, Nicolit... Wie du siehst... Ne, da brauchen wir doch die Sterling. Sag ich ja. Die sind doch nicht weggeschmissen, die Redstone-Motoren. Ne, das auf keinen Fall.